Abonniert Kirito. Sofort. Nani? Da geht's jetzt rein. Let's go! Ptsum, ptsum. Er ist ich. Und das ist Fehmke. Oh! Ptsum. Ich bin... ... Amit-Vollor. Ptsum. Vielleicht jemand, der euch vertraut ist. Annie? Ptsum. Digger. Meine Güte, bist du groß geworden. Du aber auch. Ich meine, du bist noch schöner geworden. What? Bleib hier. Let's go! Aber wo ist der Dude jetzt? Ah, da. Ah! Warum treffe ich ihn denn jetzt nicht mehr? Komm, 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 komm. Dad. Ich hab Pipi-Streifen für euch. Pipi-Streifen der Spitzenklasse. Ich hab Pipi-Streifen verstanden. That's weird. Du, ähm, hast mich kalt erwischt. Wanda, meiner besten Kellnerin ist eine Sicherung. Was wollen sie? Ja, kriegst du, Bro. Kriegst du. Nehmen. Ja, Bro. Ich hab was für dich. Ja, Mann. Dacht ich mir auch. Was du hier hast, ist ein Kamino-Saber-Dar. Kamino, das kommt mir nicht bekannt vor. Liegt es in der Republik? Nein, R4. Ich habe Kamino auf den üblichen Karten noch nicht bemerkt. 200.000 Einheiten stehen bereit. Eine weitere Million ist in der Endfertigung. Willst du nicht mehr mit mir reden? Ich wollte zuhören. Ich wollte wissen, was du zu sagen hast. Bam, 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 bam. Ja, okay. Er kommt mit Flammenwerfer. Er kommt mit Flammenwerfer. Bam, haja. Haja. Bam, bam, bam. Pss, Ticker. Junge, werf doch richtig. Juuuuh. Und jetzt, jetzt schnell, 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 schnell. Wir müssen hier lang. Die dramatische Musik. Wenn das so weitergeht, bin ich in 100 Jahren noch nicht da. Irgendwo hier ist er. Irgendwo. Frage ist nur wo. Da. Bam. Du bist am Zug. Aua. Jetzt. Jetzt haben wir ihn. Wir haben ihn. Schnapp ihn, Dad, schnapp ihn. Tschüss. Hey. Was geht ab? Nein. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ah, hier sind wir. Hier drüben. Nein, bin ich nicht. Ich stehe wieder hin. Hier wird's krachen. Okay, aber warum saugst du den Sand? Und? Mama? Hm? Hm. Hm? Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Seitdem war er nicht mehr der, der er war. Der er aber war. Aua. Aua. Warum brennt das? Bestimmt. Geh mal weg. Ah, jetzt müssen wir erstmal aufbauen. Und dann können wir es verwenden. Okay, damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Bam. Das ist die Frage der Fragen. Ah. Spring. Geronimo! Bam. Let's go. Es geht weiter. Yay, Freude. Hey. Was willst du? Sie einfach weg. Ja, ich bin auch schon dabei. Mach doch keinen Stress, man. Alles chillig. Ich bin auch schon dabei. Digga, was nervst du denn eigentlich jetzt? Wir müssen Obi-Wan retten. Bam, bam, bam. So eine Katze, Mann. Bam, bam. Ah. Lass mich doch in Ruhe, Mann. Lass mich doch einfach in Ruhe. Zack. Zack. Aua. Lass mich in Ruhe. Okay, aber warum mal... Das hab ich jetzt nicht so verstanden. Jetzt geht die Luzi ab. Da kommt der, gegen den wir antreten müssen. Django fett. Du bist fett am Arsch. Ich geb dir solche Gnocchis, Junge. Ja, okay, aber was nervst du jetzt? Bam. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da, da. Da hat nicht mal was an. Da soll sich mal umziehen. Bam, 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 bam. Wir greifen ihn gemeinsam an. Du näherst dich langsam von links. Ich greife ihn jetzt an. Nein, Anakin, nein! Anakin, Mann, du musst dich mal ein bisschen entspannen. Von der anderen Seite angreifen. Aua. So ein nerviger. Machen wir das einfach mal ein bisschen kaputt hier, ne? I'm a little bit confused, bro. A little bit confused. Bam. Komm doch runter, Mann. Besorg dir mal ein neues Schwert. Eins hat eine kleine Schräglage. Ja! Yoda. Der Macher. Nyao. Sui. Nein! Sein Arm. Er ist so nervig, Mann. Ja, mach. Pew, pew, pew. Dein Arm. Deine Hand. Mann und Frau. Riesige Ringe. Oh. Verliebt. Verlobt. Verheiratet. Episode abgeschlossen. Wir haben Episode 2 auch erledigt. Wir vragen, Mann. Seine in lei. Severn. laugh. Oh. Wow. Oh. 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 Oh.